Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Info-Video bezüglich des Community-Spielabends heute Ja Devin hat mir gestern geschrieben dass er bis Montag kein Internet hat Sorry dass das Video erst heute kommt aber ich habe mir überlegt allein Crossfire wäre bisschen blöd vor allen Dingen weil ich jetzt kein weiter habe der zumindest zugesagt hat bei dem Game deshalb habe ich mich dazu entschlossen dieses hier mit euch zu spielen Leads of Legends wäre jetzt gedacht aber aus dem Grund weil da habe ich einfach mehr Leute die da mitspielen könnten bei Crossfire musste ich dann alleine machen weil ich glaube nicht dass da wirklich einer kommt wenn nur einer von uns dabei ist und deshalb wird heute 17 Uhr Lied of Legends gespielt ich freue mich schon auf euch TeamSpeak Adresse und Skype Name steht wahrscheinlich in einer Videobeschreibung würde ich mal so sagen dann bis nachher Leute Ciao